Hi, mein Name ist NoRipper. Herzlich willkommen zurück zu Hanse. Ja, die letzte Folge haben wir mit dem Auftrag Angebot und Nachfrage beendet. Und ich lese das nochmal ganz kurz an. Also der Weg durch die Stadt führt euch vorbei an Handwerkern, Lagerhäusern und durch die Wohnviertel der Bevölkerung. In den Abschnitten Bevölkerung und Produktion, das sind diese beiden hier, seht ihr die Waren, welche die Bevölkerung und die Wirtschaft der Stadt benötigen. Eine steigende Nachfrage wird im Preis eine Ware tendenziell nach oben treiben. Ist die Ware übermäßig auf einem Markt vorhanden, wird sie den Preis tendenziell senken. Also, so weit, so gut. Das, denke ich, erklärt sich von alleine. Also, wir haben hier quasi einen Bedarf. Die Bevölkerung hat einen Bedarf nach, also drei Kategorien, nach Nahrung, nach Kleidung und nach Gebrauchsgütern. Und zwar... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was diese vier Häkchen hier bedeuten. Also, ich glaube, wenn alle vier... Wenn alle vier Kategorien, beziehungsweise Stufen, das sind ja hier einfache Waren, alltägliche Waren, edle Waren und luxuriöse Waren. Das sind ja quasi eher Qualitätsstufen. Wenn alle vier, und ich glaube, das ist der Grund, weil diese Stadt Nogrod einfach schon eine sehr weit fortgeschrittene Stadt ist. Das heißt, man muss jetzt alle vier Kategorien hier erfüllen oder Qualitätsstufen erfüllen. Das heißt, diesen Bedarf decken. Und dann wächst die Bevölkerung um 1.000. Und im Gegenzug, wenn alle diese vier Qualitätsstufen, was momentan der Fall ist, nicht... Wenn der Bedarf nicht gedeckt ist, dann wird die Bevölkerung, ja, wieder schrumpfen. Und hier oben sieht man das auch, die, die, dieses... Ja, diese kleine Kugel hier, die zeigt wohl an, wie der... Insgesamte Status der Stadt ist. Wir haben jetzt momentan 29.500 von 30.000 Einwohnern. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stadt überhaupt noch wachsen kann. Also, wenn wir jetzt hier alles erfüllen würden, ob die dann auf 31.000 hochgehen würde. Oder ob dann nur, ob sie nur bis zu 30.000 gehen würde. Ob das das absolute Limit ist. Oder ob wir vielleicht schon 500 verloren haben. Wenn wir jetzt noch weitere 500 verlieren, dann würden wir quasi wieder eine Stufe absteigen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm... Genau, ähm... Hier steht noch was. Bevölkerung, damit eine Stadt wachsen kann, benötigt die Bevölkerung Kleidung, Nahrung und Gebrauchsgegenstände in verschiedenen Qualitätsstufen. Liefert die benötigten Waren auf den Stadtmarkt, um die Nachfrage zu befriedigen. Und ich glaube, die Nachfrage ist hier dieser Balken, der den Fortschritt anzeigt. Ist der Bedarf in einer Qualitätsstufe erfüllt, bleibt die Bevölkerung für einige Monate versorgt. Ist der Bedarf in allen Qualitäten erfüllt, wächst die Stadt um 1.000 Einwohner. Ist der Bedarf in allen drei Kategorien, Nahrung, Kleidung und Gebrauch erfüllt, wächst die Stadt um 3.000 Einwohner, erhält einen neuen Stadtteil sowie neue Rohstoffe und Produktionsgebäude. Bleibt der Bedarf in einer Warenkategorie für längere Zeit komplett unerfüllt, wie viel Zeit steht da leider nicht, verliert die Stadt 1.000 Einwohner. Bei einem Verlust von 3.000 Einwohnern verliert sie einen Stadtteil sowie Rohstoff- und Produktionsgebäude. Das heißt aber auch im Zuge, je fortschrittlicher eine Stadt ist, ich zeige mal kurz eine andere Stadt, desto schwieriger wird sie auch zufriedenzustellen sein, nehme ich an. Also hier haben wir beispielsweise eine Stadt, die bisher nur einfache und alltägliche Waren benötigt, beziehungsweise einen Bedarf daran hat. Die anderen zwei Stufen gibt es noch gar nicht. Das heißt, hier ist es viel einfacher, weil hier müssen wir auch nur zwei Stufen an Bedarf erfüllen, um dann letztlich, schauen wir uns nochmal die anderen an, hier sind es zwei Stufen. Und diese Städte mit dem Hanse-Symbol, also dieses Rot-Weiße, das sind letztlich auch die Städte, um die wir uns kümmern müssen, weil die letztlich zur Hanse gehören. Ja, da gibt es aber auch schon ein paar Städte, die höheren Bedarf haben. Vielleicht sollten wir uns also um die kleineren Städte kümmern erstmal. Also hier oben zum Beispiel Bergen ist gut. Und Bergen hat hier tatsächlich auch schon einen kleinen Fortschritt. Wenn wir die also regelmäßig mit Waren, wie zum Beispiel Hering, Pökelfleisch, Salz, Salzhering und Schweinefleisch, oder aber Bier, Brot, Butter, Kabeljau, also das sind jetzt einfache Nahrungsmittel versorgen, dann sollten wir Bergen zum Beispiel relativ zügig zum nächsten Level aufsteigen lassen können. Und Riga war genauso richtig, ja, und Rehwal, ja, das sind die drei Städte. Ja, Riga ist auch schon relativ weit, dann schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. So, und im Gegenzug dazu haben die Städte auch eine Produktion. Das heißt, hier wird zum Beispiel, Okay, ab einer bestimmten Größe kann eine Stadt also zwei Produktionsquellen, steht hier, Produktionskategorien haben. Momentan gibt es nur Fisch- und Meeresfrüchte. Und zwar haben wir zwei Fischräuchereien. Und was die macht, die produziert aus Fisch, Fischöl und Stockfisch. Ja, und ist der grau, oder ist das Logo einfach so? Stockfisch. Da ist ein Haken dran. Ihr könnt hier nichts verändern, da ihr nicht der Bürgermeister dieser Stadt seid. Ja, okay. Alles klar, jedenfalls bedeutet das, wir können hier vermutlich relativ günstig Fischöl und Stockfisch einkaufen, um sie dann in anderen Städten zu verkaufen. Im Gegenzug benötigt diese Stadt Fisch, das heißt, wir können, oder Kabeljau, das heißt, wir können hier wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, relativ teuer Kabeljau verkaufen. In jedem Fall wird das Verkaufen von Kabeljau die Produktion hier ankurbeln, was gut ist. Und Hering, ja, Kabeljau gehört sogar tatsächlich auch zu den Gütern, die hier von Bedarf existiert. Das heißt, Riga sollten wir vermutlich gut mit Kabeljau versorgen. Dann schauen wir doch mal. Wir sind momentan hier in Nogorod. Hier wird was produziert? Pelze. Pelze und Asche, Eichenholz. Ja, das bringt uns jetzt wahrscheinlich gerade nicht so sehr weiter. Wir schauen trotzdem mal, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Also. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Hier steht übrigens scheinbar der durchschnittliche Marktpreis und der aktuelle Einkaufspreis in dieser Stadt. Das heißt, das ist teurer als der Durchschnitt, teurer als der Durchschnitt. Etwas teurer, etwas teurer, etwas teurer. Die Stadt ist schon relativ teuer. Und hier ist alles teurer als im Schnitt, das heißt, ich werde hier auch nichts weiter mitnehmen. Wir haben allerdings einen neuen Auftrag, schauen wir uns den mal ganz kurz an, die Bürgermeisterwahl. Dorete Hall ist seit vier Jahren Bürgermeisterin und ihre Abwahl ist nun nur eine Frage von Tagen. Aber wer ihr Nachfolger wird, liegt in unserer Hand. Der Kandidat der Knutsgilde oder ich? Okay. Bodo, betrachtet euch einen Moment, bevor er fortfährt. Ich glaube, ein zweites Paar Augen dort drin ist keine schlechte Idee. Wir wissen nicht, mit welchen Mitteln die Knutsgilde arbeiten wird. Und ehe ihr euch verseht, folgt ihr ihm in den Sitzungssaal des Rathauses. Klickt auf Bürgermeisterwahl, selbst spielen. Ja, das bezieht sich, glaube ich, hier auf Nogorod. Rathaus. Ja, hier. Genau. So, schauen wir mal, wie sehr wir uns hier in die politischen Spielchen einmischen können. Der Stadtrat. Der Stadtrat besteht aus Vertretern der Bürger, der Kirche, dem alten Bürgermeister und dem gegnerischen Kandidaten. Ihr haltet euch im Hintergrund, aber euch fällt auf, dass einige Ratsmitglieder unentschlossen sind, in wem sie ihre Stimme geben werden. Sucht eine unentschlossene Person im Stadtrat aus. Schaut euch an, wie ihr diese Person beeinflussen könnt, für Bodo Trampen zu stemmen. Setze eine Aktion ein und klickt dann auf Bestätigen. Okay, wir müssen also hier Lobbyarbeit quasi leisten. Was haben wir denn hier? Das ist der Gegner hier, der Giselbert Krog. Hier auf der linken Seite ist unser Freund Bodo. Und man sieht hier auch an der Flagge. Boah, also der Gegner hat 1, 2, 3, 4, 5 schon auf seiner Seite. Hier ist scheinbar ein Unentschlossener, die Kirche, die Geistlichen. Aber die zu bestechen, ganz ehrlich, macht das viel Sinn. Weil 1, 2, 3, 4, 5, ich... Aber wir haben 20.000 Silbermark. Das ist nicht unser Geld. Ne, das muss das Geld von Bodo sein. Wahrscheinlich können wir das einsetzen. Wir haben ein Heiratsangebot. Können wir damit die Dorete? Das ist die aktuelle Bürgermeisterin, ja. Bestechen, beeinflussen. Beeinflussen. Ah, okay. Und mit Geld. Heiratsangebot. So, schau, also Alliette. Alliette. Eine bürgerliche. Der machen wir jetzt mal hier ein Heiratsangebot, oder? Ähm, bieten wir ihr an, uns selber zu heiraten? Ja. Ah, okay, man kann nur eins von denen machen. Ähm, nein. Bestechen wir sie mal mit Heirat. Unterbreitet Alliette ein Heiratsangebot. Alliette, Alliette, wie spricht man das aus? Zu dem Geistlichen. Spenden mindestens 2.700. Minus 300, weil wir Bodo sind, oder weil wir gerade heiraten wollen. Ähm, ich gebe ihm mal 4000. Ja, das geht jetzt von unserem Geld hier weg. Bodo, Trampen bietet der örtlichen Kirche eine Spende an. So, bei der Bürgermeisterin mindestens 5. So viele haben wir doch gar nicht. Oh doch, wir haben 5. Aber wenn wir die auch noch gewinnen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, und er hat nur 3. Oder, ah ja, das wäre natürlich, komm, das machen wir. Mindestens 10.000. Stätigen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen oder ob wir das machen sollten. Ähm. Klickt auf die Glocke, um euren Zug zu beenden. Vielzug beenden. Schauen wir mal. Jetzt ist er am Zug und versucht meinen... Das scheinen wir hier gewonnen zu haben, oder? Ja, gewonnen. Glückwunsch. Ihr habt Nogrod in den Kreis der Hanse geholt und Bodo ist nun Bürgermeister für die nächsten 4 Jahre. Alles klar. Bekamen die Stimme von allen dreien. Und wir sind jetzt auch verheiratet. Mit der nun genannten Frau Trampen. Äh. Alles klar. Und Giselbert hat nur 3.700 geboten. Wir haben 4.000. Also gut, dass wir mehr geboten haben, als wir hätten bieten müssen. Wobei er nur 5 Silbermark mehr geboten hat, als wir. Oder als wir hätten müssen. Sehr geizig. Okay. Wir haben jetzt quasi diese Stadt in die Hanse geholt. Das ist natürlich sehr schön. Und ein neuer Auftrag. Auf zu neuen gestarten. Ihr wart lange hier und habt viel gesehen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder die Segel zu setzen. Schaut euch aber ruhig noch etwas auf den Markt um. Ein leerer Laderaum bringt keinen Gewinn. Legt mit dem Schiff vom Hafen ab. So, was haben wir hier noch? Bürgermeisterwahl. Ah, das sind Events. Okay. Piraten. Piratenschiffe werden gesichtet und machen die Handelswege unsicher. Ihr solltet eure Augen besonders fest auf den Horizont richten. Interessant. Ich sehe keine Piraten. So, schauen wir jetzt nochmal hier in die Produktion. Was haben wir hier? Wir haben Pelze und das konnten wir alles nicht wirklich benutzen. Und es war auch alles relativ teuer. Also ich lege hier wirklich mit leerem mit einem leeren Lager ab und wir fahren einfach mal nach Rewal. Da kommen die Piraten. Ein Angriff. Jemand hat wohl eure Einmischung in die... Okay, jetzt haut er wieder ab. Ja bitte, dann fahr weiter. Hallo? Ich bin irgendwie gelockt gerade. Piraten. Ich weiß nicht, ob das gerade so sein sollte, wie es ist. Ich kann tatsächlich nichts mehr tun. Ich versuche mal kurz zu speichern und das Spiel neu zu laden und hoffe, dass ich dann gleich wieder zurück bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück und ich musste... Das Savegame war tatsächlich kaputt. Ich musste von dem letzten Spielstand nochmal neu spielen. Leider haben wir jetzt die Bürgermeisterwahl verloren. Das heißt, Nogorod gehört jetzt leider nicht mehr zu Hanse. Aber ich glaube, das macht nichts. Das holen wir uns später auf jeden Fall wieder. So, jetzt scheint auf jeden Fall dieser Piratenangriff zu funktionieren. Und das sind die Tutorial Pirates. Schiffszug 0. Das ist unser... Wir müssen den vielleicht nochmal umbenennen. Wurde von Tutorial Pirates angegriffen. Wollt ihr den Kampf selbst führen? Aber selbstverständlich. So, schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich hoffe, das wird nicht zu schwer, aber ich bin guter Dinge, da sich das Ganze auch Tutorial Pirates nennt. Also, eine Strategie wählen. Stehen sich zwei Schiffszüge gegenüber, so entscheiden die Kapitäne abwechselnd, welche Grundstrategie sie wählen. Nehmt euch einen Moment, um euch mit den Strategien vertraut zu machen. Klickt die Tafeln am unteren Bildschirmrand an. Ihr seht dann eine Vorschau eurer Aktion als Pfeile. Ihr könnt Zusatzkanonen und Schilde verteilen, um eure Grundstrategie zu verfeinern. Wenn ihr euch für eine Grundstrategie entschieden habt, klickt auf das Messer. Der gegnerische Kapitän stattet dann seinen Angriff. Also, ihr solltet versuchen, den gegnerischen Transporter zu schwächen. Um ihn zu entern und seine Waren zu erbeuten. Ihr solltet versuchen, den Transporter zu schwächen. Also, das ist jetzt hier ein Tipp. Feuerfrei. Das sind die Strategien hier unten. Also, schauen wir uns das mal an. Feuerfrei. Bringt eure Schiffe in die erste Reihe und attackiert mit allen Munitionsarten. Diese Strategie zielt auf Rümpfe, Segel und Moral des Gegners. Und hier sehen wir Rümpfe. Ich glaube, dass hier diese rote Linie ist die territoriale Linie. Das heißt, die Schiffe hier oben scheinen ihm zu gehören. Ja. Und die Schiffe hier unten gehören uns. Warum auch immer wir zwei Stück haben. Okay. Das ist ein Geleitschiff. Okay. Also, das ist unser Haupttransporter hier mit sechs Angriffskraft. und hier mit 14,4 Angriffskraft. Ein deutlich stärkeres Schiff. Ich bin es segelt unter unserer Flagge, aber wir sind nicht der Kapitän. Also, ich frage mich gerade, wer dieses Schiff steuert und warum das hier ist. Okay, sei es drum. Wir haben keine Waren an Bord. Können wir hier können wir nicht anschauen, was er auf dem Schiff hat. Er hat auf jeden Fall zwei drei Koggen und nur mit jeweils drei Angriff. Also, die sollten wir auf jeden Fall platt machen können. So, wenn wir jetzt auf Feuer frei klicken, dann zielen wir auf Rümpfe, Segel und Moral. Also, auf alle drei hier. Dann Transporter schwächen. Eure Kriegs- und Gleitschiffe attackieren gegnerische Transporter, um sie zu schwächen und zu entern. Diese Strategie zielt auf die Segel und Moral von Transportern und bereitet einen Enter-Manöver vor. Also, hier würden wir jetzt nur mit der Utilia hier oben die Revenge angreifen und hiermit würden wir mit beiden die Revenge angreifen. Attackiert mit allen Munitionsarten. Diese Strategie zielt auf Rümpfe, Segel und Moral. Attackiert gegnerische Transporter. Also, der Unterschied leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Wir haben ja zwei Transporter hier. Bringt eure Transporter hinter eure Kriegs- und Gleitschiffe, wo sie vor Angriffen und Enter-Manövern des Gegners in Sicherheit sind. Also, hier können wir uns selber schützen. Das macht Sinn. Mal aufstellen. Weist einem Schiff innerhalb der ersten Reihe eine neue Position zu oder vertauscht zwei Schiffe und fliehen. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal das, was uns empfohlen wurde und ich würde sagen, wir ziehen auch zusätzlich noch die Kanone hinzu. Auf welches Schiff gehen wir jetzt? Auf das oder auf das? Das Schiff hat nur zwei Moral, das Schiff hat 50. Ich gehe jetzt noch mal auf das hier. Okay. Und wir bestätigen unsere Entscheidung. Es wird wahrscheinlich noch gewürfelt. Nicht? Okay. Doch. Und wir haben eine 7. Also, wir würfeln eine 7. und haben dann den Windspucker, das ist der hier, mit 6 Kanonen mal dem Angriffswert von 1,2 plus Würfel 7 14 Schaden zugefügt. Und der Piratwelt neu aufstellen. Das heißt, er hat die beiden Schiffe vertauscht. Ich nehme mal an, er will hier fliehen. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn wir jetzt diesem Schiff, weil bis dahin kommen wir nicht, oder? Jetzt. Wir können nur das angreifen. Ja, egal. Wir greifen das trotzdem an, würde ich sagen. Und hoffen mal auf eine hohe Zahl. Acht. Ist in Ordnung. 15 Schaden an den Segeln und der Gegner versucht zu fliehen. Können wir die nochmal erreichen? Können wir nicht. Feuer frei. Okay, er kann die aber noch erreichen. Dann nehmen wir jetzt mal die Feuer frei Strategie. Ach, nur da, nur eine 3. 9 am Rumpf. Ja, und der Gegner haut ab. Der Gegner ist entkommen, hat uns allerdings keinen Schaden zugefügt. Ich denke, damit können wir leben. So, und jetzt sind sie verschwunden. Nach dem Kampf. Ihr habt die Piraten besiegt, falls ihr ihren Transporter erbeuten konnte, so befindet er sich nun in eurem Schiffszug. Konnten wir leider nicht. Auftrag heiraten. Die Gefahr des Angriffs der Piraten hat euch vor Augen geführt, dass ihr ganz alleine seid. Niemand wird um euch trauern, wenn ihr in ein nasses Grab sinkt. Vielleicht ist es an der Zeit eine Familie zu gründen und das Haus in Lübeck wieder mit Leben zu füllen. Um eine eigene Familie zu gründen, öffnet euer Charakterfenster, das sich wo befindet? Das Charakterfenster? Klickt auf den Button Heiratskandidaten suchen, um euch eine Liste potenzieller Heiratskandidaten zeigen zu lassen. Treppt eine Wahl. Hm? Wo ist denn das Charakterfenster bitte? Kritik? Spielmenü? Meine Familie von mir. All right now. Heiraten. Schauen wir doch mal. Wie alt sind wir? 20. Ja, dann brauchen wir aber auch hier ähm, Tareja, Tareja oder Osa, Lilion und die anderen. Akt. Yakuza. Clemencia. Clemencia klingt gut. Ja, so lief das früher. Da war nicht viel mit Antrag machen. Ich will dich heiraten. Glückwunsch, ihr seid nun verheiratet. Der Gründung einer eigenen Kaufmannsdynastie steht nichts mehr im Wege. Ihr könnt die Porträts von Familienmitgliedern in der Familiengalerie sehen, sowie jedem Verwandten über das Personenmenü einen Beruf geben. Kapitän, Handelsvertreter oder Bürgermeisterkandidat. Für eure Kinder und jüngeren Geschwister solltet ihr mit einem eurer Kinder nach eurem Tod weiterspielen, solltet ihr selbst heiraten, arrangieren. Andere Familienmitglieder heiraten selbstständig. Ich schließe diese Meldung zum Vorfahren. Die Welt wartet auf euch. Ihr seid jetzt bereit, euch den Herausforderungen der Hansewelt zu stellen. Baut euer Imperium auf und macht aus der Hanse eine weltumspannende Handelsmacht. Das werden wir tun. Hier oben steht noch ein pralles Säckel. Geld ist der Treibstoff der Welt. Verniedet davon viel, denn die Seefahrt ist teuer und nur ein reicher Kaufmann ist ein angesehener Kaufmann. Kauft Waren in den Städten ein und schaut, wo ihr sie wie mit Gewinn wieder verkaufen könnt. Vermehrt euer Vermögen auf 6000 Silbermark. Ihr erhaltet eine Kogge als Belohnung. Gut, dann haben wir jetzt, ich denke, das erste wirklich längerfristige Ziel mal bekommen. Wir sollen also 6000 Silbermark verdienen und das machen wir doch auch. Ich wollte diesem Schiffszug immer noch einen Namen geben. Ich nenne das einfach mal, damit wir es schneller wiederfinden. Alpha, also unser erster Schiffszug. Und dann schauen wir jetzt mal in Rehwald. Ich habe schon wieder völlig vergessen, wie hier Produktion und hier wird Dörrfleisch hergestellt und Leder wird hergestellt. Gebraucht wird Schafshäute und Rindfleisch. Wir haben den Bedarf an einfacher Nahrung zu 40% gedeckt, wenn ich das richtig verstehe. Pökelfleisch. Dörrfleisch. Das ist was anderes, oder? Ist das was anderes? Pökelfleisch ist Schwein und Dörrfleisch ist Rind, ja? Okay. Ähm. Gut. Schauen wir mal, was es hier gibt. Also beispielsweise gibt es hier relativ günstig Dörrfleisch. Und warum? Weil hier Dörrfleisch produziert wird. Und ich denke, das Dörrfleisch sollten wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Davon gibt es leider nur zwei. Macht aber nichts. Leder wird hier auch produziert, ist hier allerdings momentan nicht so günstig. Es ist teurer als der Durchschnitt. Rindfleisch ist relativ günstig. Ich denke, das sollten wir den aber da lassen. Und Schweinefleisch, naja. Ja, Rindfleisch, Rindfleisch, Rindfleisch. Schauen wir mal, in Riga. Hier wird vor allem Fisch benötigt. Kabeljau und Hering. Und daraus machen die Öl. Und beide stehen auch auf der Liste der geforderten Güter. Kabeljau und Hering bekommen wir aber leider in Rewal gar nicht. Das heißt, wir fahren mal. Was haben wir denn hier? Ach, da kann ich gar nicht reingucken. Okay, also wir müssen noch vorbeifahren, um in fremde Häfen, in fremde Kontore reinschauen zu können. Warum gibt es jetzt hier nirgendwo Fisch? Lanzig? Okay, wir wählen mal unser Schiff und wir fahren nach Turku. Das ist gleich nebenan. Schauen wir mal, was sie uns bieten können. So, nichts von dem, was wir wirklich haben wollen. Verkaufen die irgendwas wirklich unter Preis, unter Durchschnitt auch nicht. Das Dörrfleisch, oh, das können wir nicht gewinnbringend verkaufen. Äh, also wir haben es für 89 gekauft. Ich frage mich, was dieses minus 8 bedeutet. Hm. Was mit dem Verderben zu tun? Nee, nicht wirklich. Okay, segeln wir weiter. Ab nach Stockholm. So, was haben wir denn hier? Dörrfleisch. Das können wir auch nicht wirklich gewinnbringend verkaufen. Leder, Rindfleisch. Rindfleisch ist hier relativ günstig. das nehmen wir mit, oder? Auch wieder nur einen. Mehr haben wir nicht? Nee. Qualität edel. Und was war das hier? Qualität edel. Also ich konnte einkaufen von Qualität edel. Eckwürdig. Gut. Äh, wie sieht's hier aus? Wir müssen jetzt mal eine Stadt finden, wo es Fisch gibt. Ups. Und schauen wir mal. Lübeck. Es gibt hier nirgendwo Fisch, ja. Hamburg. Da können wir nicht reingucken. Bremen. Es gibt wirklich nirgendwo Fisch. Da, Bergen. In Bergen haben wir richtig viel Fisch, also fahren wir nach Bergen. Gut. Und, ja. Ich glaube so ein bisschen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass so ein bisschen habe ich dieses Prinzip jetzt verstanden. Ähm, ganz sicher bin ich mir aber noch nicht. Und, ähm, wir werden das in der nächsten Folge auf jeden Fall ausbauen, den Handel. und schauen wir mal, wir sind ja schon bei 4.770 Silbermark. Auf 6.000 müssen wir unser Vermögen anwachsen lassen, damit, ähm, wir, dann das erste Ziel erfüllt haben. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich in dieser Folge und hoffe, ihr seid in der nächsten wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao.